Dieses Orchestrieren und Ausbalancieren, wann zu leise, wann zu laut, welchen Rhythmus, das ist eigentlich das, was wir im Unternehmen auch jeden Tag machen müssen. Und habe ich genug Angebote für Aufträge, habe ich genug Leute, habe ich genug Monteure, genug Material, also es ist immer ein Austarieren permanent und nichts anderes ist es glaube ich in der Musik auch, es geht um die richtige Balance.